Smart Exchange ist eine Online-Plattform für Unterrichtsmaterialien. Die Inhalte sind von Lehrerinnen und Lehrern von dem Unternehmen Smart und anderen Bildungsanbietern erstellt. Um Smart Exchange öffnen zu können, klicken Sie auf das Galeriesymbol in der Seitenleiste. Gehen Sie auf Smart Exchange und es öffnet sich der Browser. Auf Smart Exchange finden Sie von vorbereiteten Unterrichtseinstiegen bis zu Unterrichtseinheiten eine Menge Unterrichtsmaterialien. Danach geben Sie bei der Suchleiste den Begriff Lab ein. Suchen Sie das Material Science Lab und klicken Sie darauf. Dann können Sie das Unterrichtsmaterial downloaden. Es öffnet sich wieder die Smart Notebook App mit den heruntergeladenen Inhalten. Um das Unterrichtsmaterial zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol am rechten oberen Rand. Sie können nun eine individuelle Gestaltung zu Ihrem Themengebiet vornehmen. Klicken Sie auf Weiter und Fertigstellen. Nun können die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Begriffe kategorisieren. Die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Begriffe kategorisieren.